Was will uns die geistige Welt heute sagen? Ihr Lieben, seid aufs Hörstlichste begrüßt. Lieber Gott, was darf ich weitergeben? Welche Informationen habe ich für meine Lieben da draußen? Schauen wir mal. Also hier wünscht sich jemand Stabilität. Hier sind so ein bisschen Träume. Er fühlt sich gerade so an, als er träumt von Stabilität. Von was Neues anfangen, was Neues im Leben bewirken. Und hier ist auch schon der Weg, der sich trennt und da muss man sich entscheiden, geht man links oder geht man rechts hoch. Also irgendetwas, du bist gerade an einer Weggabel und du musst dich jetzt entscheiden, links oder rechts rum, welchen Weg gehst du, was passt zu dir, was stimmig für dich. Definitiv kommt hier was Neues rein. Da muss ich jetzt gleich nochmal eine Karte auf die Stabilität hier liegen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, du wünschst dir die Stabilität, aber sie ist noch nicht richtig da und es ist auch noch so ein bisschen verborgen. Also es ist hier auch ein Geheimnis, in welche Richtung es geht. Es ist alles noch so offen, es ist alles schwammlich. Ne, das muss ich nochmal näher anschauen. Gibt es noch Zug-Satz-Informationen, Zusatz-Karten? Das ist mir alles noch nicht recht schlüssig. Und dann muss da immer nochmal ein neues Karten-Deck raus und dann können wir nochmal weiter. Also was auch immer, also was auch immer du dir wünschst, dass etwas Neues rein kommt oder wo auch immer dieser Umbruch stattfindet, du bist schon die Schlüsselperson. Also du hast die Schlüssel in der Hand und du bist diejenige, die oder derjenige, die entscheidet. Ja, du bist derjenige. Und hier kommt auch Thema Kommunikation. Eventuell wirst du dich mit anderen austauschen. Eventuell wirst du auf Selbstgespräche und dir das Ganze, ja, wenn man vor sich herredet, dann kommt man sich das besser, man kommt besser ins Gefühl, ins Thema rein. Ich kenne das auch, manchmal meint das auch bei mir. Und sowas in die Richtung ist es, ja. Kompetenz ist da gefragt. Eigene Kompetenz. Also, na, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist wirklich so, dass du viel mit dir auch im Ringen bist, mit dir Dialoge führst und überlegst, wie könnte denn das sein, wie könnte denn meine Zukunft ausschauen. Also, ich bin hier ganz stark immer wieder in den Veränderungsthemen, in den Veränderungsenergien drinnen. Wenn das jetzt gar nicht dein Thema ist, dann kannst du hier jetzt abschalten, weil momentan die mit mir in der Reisegruppe dabei sind, die haben gerade ganz starke Veränderungen, Neuanfänge, irgendwas, es wälzt sich um. Ich habe die Energien seit Januar, Anfang Januar ganz, ganz extrem bei mir. Ich spüre das sehr stark. Und wenn du jetzt sagst, ja, Daniela, ich bin genauso in diesem Thema drin, kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen, ja. Dann kannst du hier gerne weiterschauen, weil dann ist das hier auch ganz klar eine Erlegung für dich, ja. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung es geht. Wir müssen nochmal weiterschauen. Es ist hier nur wie so eine Überschrift gerade, ja. Eine Überschrift, es kommt was auf dich zu, es kommt eine Veränderung. Du bist direkt am Wegscheid, ein Kreuz, ja. Du darfst dir jetzt dann entscheiden, in welche Richtung es geht. Also du bist schon direkt da. Diese Entscheidungen, die sind jetzt dann in den nächsten Tagen, da stehen die an, dass du Entscheidungen treffen musst, ja. Es geht an den nächsten Tagen, an den nächsten Wochen, Wochen, wenigen Wochen, Monate nicht, ja. Monate, Jahre nicht. Das ist hier jetzt wirklich was Aktuelles. und du bist die Schlüsselfigur, du hast das Z da in der Hand und es geht auch ganz viel über Kommunikation. Vielleicht auch im Freundesbekanntenkreis. Vielleicht wenn es um einen Umzug geht oder einen neuen Job oder so, dass du im Freundesbekanntenkreis dich austauscht. Vielleicht mit einem Headhunter oder wie auch immer, dass da irgendwas auch ist. Vielleicht wird dir was angeboten von einem, vielleicht zwei, drei Jobs angeboten von einem Headhunter, ja. Als Beispiel. Oder im Freundesbekanntenkreis, du hast dich umgehört oder da kommt jemand auf dich zu und sagt, du, ich habe hier Jobs für dich, wie sieht es denn aus. Und dann stehst du auf einmal da vor der Wahl, mache ich weiter, wie mache ich weiter oder gehe ich den alten Weg, ja. Vielleicht brauchst du auch gar nichts für dich Neues, dass du sagst, nein. Es war einfach nur jetzt schön, mal zu sehen, dass ich noch auf dem Markt, ja, begehrenswert bin, auf dem Markt was wert bin, ja, beruflich. Und ich gehe einfach weiter. Oder vielleicht kannst du dadurch auch mit deinem Chef, mit deiner Chefin andere Konditionen absprechen und sagen, du, ich habe hier Angebote. Sind welche interessiert er mir? Ich würde gerne bleiben. Wie schaut es aus? Könnt ihr mir nicht irgendwie vielleicht auf irgendeine Art und Weise näher mir entgegenkommen? Vielleicht finanziell, vielleicht in der Freizeitausgleich oder wie auch immer, ja. Sowas kann sein. Also beruflich kommt hier auch recht stark rein. Es mag hier auch sein, dass da ein Umzug ansteht, weil Haus ist immer so ein Thema Umzug. Vielleicht steht bei dir ein Umzug an. Vielleicht weißt du es nur noch gar nicht und es kommt plötzlich auf dich zu. Vielleicht bekommst du eine Kündigung oder du bekommst auf einmal eine Wohnung aus dem Nichts heraus, ein Angebot für ein Haus, für eine Wohnung und du sagst dir, boah, das ist eigentlich genau das, was ich mir immer gesucht habe, ja, das, was ich mir immer gewünscht habe. Und plötzlich ist eine Situation, die nie, nie wirklich präsent gerade war, ist auf einmal aktuell für dich, ja. Also es kann auch sein, dass du jetzt noch sagst, nein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und in fünf Tagen sagst du, ach du Schande, jetzt ist das alles passiert. So kann es auch sein. Hier unten ist die Nervosität, die Aufregung, die Vögel, die Kommunikation auch. Also hier kann auch wirklich das nochmal anzeigen, die Kommunikation mit anderen Menschen. ist auf alle Fälle etwas Aufregendes für dich, eine aufregende Zeit kommt auf dich zu. Oh, schaut mal her. Und das Glück ist dabei, eine aufregende, glückliche Zeit. Das ist immer eine ganz wichtige Karte für mich, wenn es heißt, was Neues, ja. Weil dann denkt man, boah, Neues sind nicht immer, nicht immer positiv, ja. Und wenn ich jetzt hier aber sehe, dass das Glück dabei ist, das kleine Glück dabei ist, dann ist das was Positives. Und für manche von euch sind die Würfel schon gefallen. Also für manche von euch ist das schon entweder im Hintergrund am Laufen, ja. Dass ihr gar nicht auskommt mit einem neuen Job oder so. Vielleicht werdet ihr gekündigt und bekommt gleich wieder was Neues. Und das sind halt so eure Angebote. Also was auch immer da bei euch jetzt gerade läuft, die Würfel sind im Hintergrund schon gefallen. Oder aber auch das Schicksal hat schon die Finger im Spiel. Beispiel, dass ihr, wenn natürlich ein Haus oder eine Wohnung angeboten wird, ja. Dann ist natürlich, dann muss im Hintergrund ja schon viel passiert sein. Dann müssen die alten oder vorhergehenden Mieter gekündigt haben. Oder sagen, ja, wir wollen jetzt verkaufen, wie auch immer. Das muss im Hintergrund, muss ja schon was, das Schicksal ja schon die Finger im Spiel gehabt haben. Damit du dann in dem Moment dieses Haus, diese Wohnung angeboten bekommen kannst, ja. Und sowas kann das sein. Im Hintergrund wird natürlich schon jemand gesucht für eine Stelle, die frei ist, ja. Das läuft ja schon im Hintergrund. Und jetzt kommt dann auf dich jemand zu und bietet dir einen Job an. Als Beispiel, ja. Nur, dass du weißt, was ich damit meine. Das machen wir nicht immer so einfach. Ich weiß schon. Ähm... Brauche ich noch Zusatzkarten? Ich möchte noch ein paar Karten. Irgendwie ist das alles so... Irgendwie ist es klar und irgendwie ist es auch nicht so richtig klar. Vorteilhaft ist jetzt für mich, dass es auf alle Fälle positiv ist für dich. Und das brauche ich immer gerne. Ja, das war schicksalhaft das hier. Ah, haha, die Sonne! Juhu! Juhu, die Sonne! Wir brauchen sie alle in unserem Leben. Momentan, finde ich, brauchen wir etwas Besonderes, weil ich irgendwas gefunden habe. Und das gerade alles zu diesig ist. Geht es euch auch so? Also momentan, ich brauche jetzt Sonne und Wärme. Für mich kann es jetzt gerne Sommer werden, gell? Frühlingssommer. Ich bin bereit. So. Also, was auch immer jetzt hier auf dich zukommt, das ist hier Gott gewollt. Das ist hier eine gottgewollte Veränderung, ja. Das ist schicksalhaft gottgewollt. Vielleicht hast du dir auch insgeheim immer mal wieder eine Veränderung in einem Bereich gewünscht. Und jetzt wird der Wunsch in Erfüllung gehen, ja. So. Du weißt links und rechts, ja. Du weißt nicht, was du machen sollst. Du bist unsicher. Du bist dir noch unsicher, welchen Weg du gehen sollst. Diese Aufregung kommt mir gerade wieder rein, die ich vorher gesagt habe. Es ist eine aufregende Zeit. Du wirst aber einen Weg finden für dich, der passt, weil ich habe hier die Sonne. Also, was auch immer hier neu kommt, auf dich zukommt, auf welches Abenteuer du dich einlässt, was auch immer da auf dich zukommt. Es ist hier positiv. Die Sonne ist das höchste und stärkste positive, die stärkste Karte, die positivste Karte. Und alles, was jetzt auf dich zukommt, was neu ist, ja. Kannst du hier mit Leichtigkeit angehen. Du hast die Kraft, du hast die Mut, die Ausdauer, die Stärke. Es ist alles da. Es ist alles vorhanden, was du brauchst, ja. Hier, du hast den Schlüssel. Das passt hervorragend. Du hast den Schlüssel in der Hand für dein Glück, ja. Die Rose, es ist alles da. Du bist perfekt, so wie du bist und kannst alles so handeln. Ob das jetzt ein neuer Job ist oder ob das jetzt ein Umzug ist oder in welchen Richtungen auch immer du Veränderungen dir wünschst oder die reinkommen, es wird am Ende positiv sein und du kannst das alles stemmen, ja. Und es werden positive Gespräche, kraftvolle Gespräche. Vielleicht kommst du aus einem Bewerbungsgespräch raus und bist völlig Feuer und Flamme. Vielleicht möchtest du irgendwie dich selbstständig machen, dass da irgendwas Neues reinkommt, ja. Vielleicht eine große Firma, die dir anbietet, ein Franchise-Unternehmen anzufangen, irgendwas in diese Richtung. Und es werden ganz intensive Gespräche werden, sehr kraftvolle Gespräche und du wirst da mit Intuasmus und du wirst da rausgehen und wirst brennen für dieses Thema, ja. Für diese Wohnung, für dieses Haus, für den Umzug, für einen neuen Job, für einen neuen Arbeitgeber. Vielleicht auch, wenn du eine neue Aufgabe bekommst innerhalb deines Wirkungskreises, ja. Oder sowas vielleicht, oder was auch immer auf dich zukommt. Es wird auf alle Fälle dich beschwingen, ja. Du wirst dich darüber freuen. Kann man nicht anders sagen. Es ist eine kraftvolle, positive Energie und denkst immer noch an das Kleeblatt. Das Glück, ja. Das Glück ist dabei. So. Schauen wir mal, ob neue Informationen kommen oder ob die Informationen dazu nochmal ergänzt werden. Dann, lieber Gott, bitte nochmal Karten. Schauen wir mal, da ist noch eine. Okay, dann gucken wir mal. So, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Also wenn ihr meine letzten Legungen gesehen habt, ja, dann werdet ihr sehen, dass jetzt schon wieder die Veränderung da ist. Es ist wirklich, wer jetzt hier bei mir dabei ist, da kommen Veränderungen. Du konntest essen. Du kommst nicht aus, ja. Irgendetwas wird sich ändern in deinem Leben. Irgendetwas. Vielleicht ziehst du mit deinem Freund zusammen, mit deiner Freundin zusammen. Oder du ziehst von deinen Eltern weg, ja, wenn du noch ein bisschen jünger bist. Oder du gehst in eine WG. Oder es wird irgendwas kommen, was aber auch wirklich eine starke Veränderung in deinem Leben hervorruft, ja. Es ist nicht mal eben so ein bisschen, sondern es wird sich sehr, sehr stark verändern. Es wird dich auch verändern, komm gerade durch. Ah, okay. Also für die, die jetzt gerade sagen, ja, ich möchte abnehmen, ja, ich möchte gerne Fasten abnehmen, sowas in diese Richtung, bin ich auch gerade dabei. Da wird eine signifikante Veränderung in deinem Körper stattfinden, gesundheitlich. Und möglicherweise wird man es auch sehen, ja, dass du abgenommen hast oder dass deine Haut besser ist oder wie auch immer. Also da kann auch, sowas kann auch sein, ja. Wenn das dann dein Thema ist, mag auch sein. Auf alle Fälle, du siehst Veränderung. Also wenn du bei mir hier in der Gruppe dabei bist, dann wirst du aus dieser Veränderung, du kommst nicht aus, ja. Aber es ist hier eine positive Veränderung. Vielleicht ist es auch eine Reise, ja. Vielleicht möchtest du verreisen und du wirst eine geniale Reise haben, einen super Urlaub haben, der dich vielleicht sogar, ja, vielleicht kommst du auf neue Ideen oder du lernst Leute kennen, die dir einen neuen Blickwinkel geben. Irgendwie sowas, ja. Hier ist der gute Herr. Das ist der Mann, der, der Mann oder die Frau, das kann ein Chef sein, der dich unterstützt, die dich unterstützt, ja. Jetzt steht zwar der gute Herr, kann aber eine Frau sein, die sehr viel Kraft, sehr viel Power hat. Das kann auch sein, ja. Das lasse ich immer so ein bisschen offen. Es kann sein, dass hier jemanden gibt, der dich unterstützt bei der Veränderung oder der oder die zu dir reinkommt und sagt, hier, ich habe einen Job, ich habe hier eine Wohnung, ich habe hier das Haus. vielleicht ein Makler, eine Maklerin, ich habe was für dich. Schaut's denn aus? Wäre das nicht was für dich? Du suchst doch, ja. Irgendwie sowas. Vielleicht gehst du in ein Café, lernst in einem lockeren Gespräch eine Maklerin, einen Makler kennen, ja. Und dann heißt du im Moment, ich habe was für dich. Manchmal sind es so schicksalhafte Begegnungen, ja. Und dann fängt es an, dann geht das Rad, das Schicksal fängt an sich zu drehen, ja. Irgendwie kommt was Schicksalhaftes, irgendwas, das soll so sein, das kommt bei mir raus. Schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen. Kommt gerade nichts von der Liebe, also das hier hat jetzt nichts mit Liebe zu tun. Das hier ist irgendwie, ja, das ist irgendein anderes Thema. Also wie gesagt, Umzug vielleicht, Jobmäßig, auch Verreisen, irgendwas. Das ist jetzt in dem Fall, das kann vielleicht später noch ein Thema Liebe auch mit drin sein. Aber hier in dem Fall, also diese Karten hier zeigen mir etwas anderes an, ein anderes Thema. Ja, die Veränderung nicht in der Liebe hier, in dem Bereich. Hier sieht es anders aus, das habe ich ja schon gesagt. Kann schon sein, dass du da vielleicht mit deinem Schatz zusammenziehen möchtest, solche Geschichten. Das kann auch sein, ja, dass du da eine Veränderung hast, das mag sein. Es kann auch sein, dass du, wenn du Single bist, jemanden kennenlernen wirst und dir das ganze Leben umkrempelt dadurch, ja. Es kann schon sein. Aber es ist hier nicht im Vordergrund. Die Liebe ist hier diesmal nicht im Vordergrund. Die Veränderungen sind auf einer anderen Ebene irgendwie. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist irgendwie gerade so drinnen. Das sind nicht die Karten, die sich anfühlen. Die Herzallkarten sind es heute auch nicht. Das sind die, das sind das Krafttier-Orakel. Das hat sich heute gezeigt. Ich möchte gerne wissen, welches Krafttier wird dich dabei begleiten. Schauen wir mal. Na komm schon, eine Karte. Ja, wollte ich gerade sagen. Kann ja nicht sein. So. Das Eichhörnchen. Glaube an dich. Wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann ist das nochmal eine ganz klare Motivation. Glaub an dich. Du kannst es alles. Du schaffst es alles. Es ist einfach nochmal ein Zusatz, was ich schon vorher gesagt habe. Du hast den Schlüssel in der Hand. Du hast alles. Die Rose ist hier innen drin. Perfekt. Sie ist erblüht. Sie ist wunderschön. Sie ist perfekt. Das heißt, glaub an dich. Du bist perfekt. Du hast alles, was du brauchst, um das Neue, dem Neuen zu begegnen, zu können. Auch, ja. Bei manchen träumen, ja, auch, ich hätte gerne einen Geschäftsführer posten, ja. Hast aber von Tutten und Blasen keine Ahnung. Einen Job. Ja, das macht dann keinen Sinn. Ja. Aber hier, wenn du sagst, ich möchte einen Geschäftsführer posten, dann hast du diese Möglichkeiten. Du hast das Know-how. Du hast das Wissen. Du hast dir die Fähigkeiten angelernt, ja. Vielleicht, wenn du schon seit 20, 30 Jahren in einem Job bist, dann kannst du das auch, ja. Vielleicht wird dir die Firma, in der du jetzt arbeitest, angeboten, ja, vielleicht so kaufen, dass du sie kaufen kannst, ja. Wenn du im Handwerksbetrieb zum Beispiel bist und dann heißt es, ja, wir brauchen eine Nachfolge. Wie schaut's denn aus? Du bist seit 20 Jahren ein wertvolles Mitglied der Firma. Bei dir kann ich mir das vorstellen, ja. Es kann auch so was sein, dass der gute Herr vielleicht dein Geschäfts-, dein Arbeitgeber ist und der dir anbietet, hier die Veränderung anbietet und sagt, hier, wie schaut's denn aus? Möchtest du den Betrieb nicht übernehmen? Magst du die Schreinerei nicht übernehmen? Magst du nicht die Gas-Wasser-Installationen oder was auch immer übernehmen? Ja. Oder was auch immer, in welchem Bereich du arbeitest. Vielleicht gibt's da eine Möglichkeit oder aber auch ein, wir brauchen, ich hätte gerne noch jemanden, ich möchte ein bisschen zurücktreten, das ist dein Chef, deine Chefin sagt, ich möchte ein bisschen zurücktreten von der Verantwortung, ich möchte ein bisschen mehr leben, ich möchte ein bisschen mehr Zeit mit mir, mit der Familie, mit Freunden verbringen. Ich brauche jemanden, der einsteigt bei mir, ja. Wie sieht's denn aus? Wie kann man das vorstellen? Dich als Partnerin, als Partner, Geschäftspartner. Solche Sachen kommen gerade durch, ja. Schau mir in die Kommentare gerne rein, wenn sowas bei dir ansteht. Glaube an dich, vielleicht sagst du dann, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das kann ich nicht. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Hilfe, was kommt da auf mich zu? Ja. Riesentamtam. Auf einmal ist deine heile Welt hier, das Durcheinander, die Nervosität, die Aufregung. Du kannst dich noch erinnern, was ich gesagt habe. Plötzlich ist aus deiner heilen Welt deine Ruhe vielleicht, auf einmal ist hier Halligalli. Ja. Aufregung, Nervosität. Was mache ich? Natürlich auch, klar, wenn jetzt ich absage, dann wird jemand anders dafür kommen. Eine gute Chance, die ich dann vielleicht verpasse. Oder mir wird jemand dann natürlich vor die Nase gesetzt. Hm, will ich das, ja. Und hier, glaube an dich, du kannst es, du bist bereit dafür. Also das ist schicksalhaft, was immer auf dich zukommt, das ist schicksalhaft und du bist bereit dafür. Du kannst es und ich darf dir sagen, geh es an. Also das ist hier wirklich ein Mach es. Ein Ja, ein Mach es. Es ist hier keine Warnung dabei, sondern wirklich ein klares Mach es. Geh den neuen Weg. Wenn du hier die Angst hast, die Veränderungen. Ja, was mache ich? Wenn du natürlich zwei, drei Angebote hast, dann ist es vielleicht manchmal ein Fruch und manchmal ein Segen. Klar, weil man sich entscheiden muss. Aber auch da, glaub an dich, du wirst den richtigen Weg für dich finden. Ja, glaub an dich. Ja, wunderbar, tolle, tolle Karten. Ich, meine Lieben, ich freue mich immer über ein Like, über Kommentare. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, wenn ihr mich kostenlos abonniert und weiterempfehlt. Ich bin gespannt, wo die Leise hingeht. Ich denke mal, dass diese Veränderungen sich noch weiter in den nächsten Legungen noch weiter zeigen werden. Ich bin gespannt. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir sagt, was bei euch sich so gerade verändert. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Ja, bei mir ist es gerade genauso, Daniela. Ich bin ja gerade hier. Holland in Not. Ja, alles ist hier gerade am Verändern und sich neu entwickeln und neu auszurichten. Ja. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. For health, for energy, eure Daniela.